Kennen Sie das auch? Die Vermietung will sie rausschmeißen und Ihre Frau hat sie verlassen? Kein Problem. Dagegen hilft nur eins. Mojito. Dieses Tutorial erklärt Ihr das Rezept dafür in unter zwei Minuten. Alles, was wir hierfür benötigen, ist eine halbe Limette, ein Esslöffel Rohrzucker, ein Zweckminze, 6cl heller Rum, viel Eis und Mineralwasser. Als erstes kommt der Rohrzucker ins Glas. Dazu kommen vier Limettenwürfel und ein paar Blätter Minze. Das alles nun mit einem Stösel zerdrücken. Dann vier bis sechs Cl Rum hinzugeben. Eiswürfel oder Crushed Eis rein. Und mit Mineralwasser auffüllen. Anschließend alles noch einmal umrühren. Und der Mojito ist fertig. Psst. Hey, übrigens. Bereits zehn Mojitos decken Deinen Tagesbedarf an Kalorien. Und der Mojito. Dann in der Mojito. 아무� Vielen Dank.